Hi, Fabian hier. Ich dachte mir, ich mache ein kleines Einsteiger-Tutorial wieder zu Node-RED. Da gab es einen Kommentar auf einem der letzten Videos, nämlich wie man Node-RED und Telegram miteinander verbindet. Und dort, der Kommentar ist von Pommelkalle und dort fragt er eben, wie man eigentlich Werte in Strings zusammenfügt oder also einen Wert in einen String, also letztlich einen dynamischen String erzeugt. Und das ist eine Sache, die möchte ich hier heute in diesem Video klären. Ich habe dafür schon mal in Node-RED hier so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und zwar auf der linken Seite ist sozusagen meine Eingabe. Ist jetzt im Prinzip auch egal, wo der Wert herkommt. Ich habe als Beispiel hier einmal eine Inject-Node, die eine 5 produziert als Payload. Und ich habe eine Inject-Node, die eine 42 produziert als Payload. Und ich habe eine Debug-Node, wo ich mein neues Lieblingshäkchen gesetzt habe, nämlich hier das Häkchen für den Node-Status. Da kann man nochmal separat einstellen, was ausgegeben werden soll. Standard wird genau das gleiche ausgegeben wie bei der Ausgabe. Und wenn ich jetzt einfach mal hier so ein Inject ausführe, dann sehe ich hier unten eben diese 42 und muss hier nicht das große Debug-Fenster öffnen. So, und das mache ich hier bei dieser Debug-Node natürlich auch. Ich möchte mich heute nur um Payload kümmern. So, und jetzt gibt es natürlich, wie immer es so ist bei der Softwareentwicklung, verschiedene Wege, was man machen kann, um das hier miteinander zu verheiraten. Node-RED basiert ja auf Node.js im Kern und Node.js führt ja JavaScript aus. Man kann also, um überhaupt erstmal ein bisschen auszuprobieren, auf der Kommandozeile, wenn man denn Node.js installiert hat, einfach Node schreiben. Da hat man jetzt so einen Prompt, wo man eben Sachen evaluieren kann. Zum Beispiel erstmal natürlich Aufgaben, aber eben auch String-Konkatenierung. Hallo plus Welt und Ergebnis sieht man schon. Und wenn man Enter drückt, dann wird es auch realisiert. Und jetzt kann man eben hier einfach auch nochmal Ziffern dazu machen. Und jetzt sieht man schon, da ist der String eben schon dynamisch erzeugt, mehr oder weniger. Das gleiche geht, wenn man jetzt kein Node hat, auch im Browser, eigentlich in allen Browsern. Man drückt F12 in einem beliebigen Tab und geht dann hier auf die Konsole und hat jetzt hier im Prinzip genau das gleiche. Hallo plus 42 und hat hier den String als Ergebnis. Wir wollen aber in Node-RED weitermachen und da kann man natürlich erstmal die große Keule rausholen und die Function-Node benutzen. Man kann im Prinzip fast alle Probleme mit der Function-Node lösen, aber man muss eben doch wissen, was man tut, weil mit der großen Kraft kommt natürlich auch die große Herausforderung. Ich möchte Message.Payload setzen und kann jetzt im Prinzip hier genauso wieder machen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Du hast einige neue Mails. Nein, habe ich nicht. Ich habe, du hast Message.Payload neue Mails, weil in Message.Payload eben die Ziffer von hier drin ist. So, dann deployen, ganz wichtig, und wenn ich jetzt hier einmal auslöse, dann kommt hier raus, du hast 42 neue Mails und wenn ich den hier drücke, logischerweise, du hast fünf neue Mails. So, die Change-Node ist aber natürlich schwierig, weil man natürlich manchmal hier nicht weiß, was man wirklich schreiben soll und auch nicht so ganz offensichtlich, wenn man später eben einen Flow hat, wo sehr viele Nodes drin sind. Wenn es alles Function-Nodes sind, dann kann man dort eben nicht so ganz genau erkennen mehr, was eigentlich Sache ist. Und deshalb gibt es die Change-Node und wenn man übrigens Shift drückt auf der Tastatur und dann hier klickt und zieht, kann man nicht neue Linien ziehen, sondern existierende Linien versetzen. Die Change-Node, wenn man die jetzt hier hat und öffnet, dann kann man hier eben beschreiben, was passieren soll und dort wird eben tatsächlich nur Message.Payload gesetzt und man kann hier das Ziel angeben. Hier sind verschiedene zur Auswahl. Man kann hier erstmal als allererstes natürlich seinen String direkt rein tun. So, das ist natürlich jetzt nicht so ganz dynamisch, weil die Ziffer, das ist ja das Eigentliche, worum es hier gerade geht, nicht drin steht. So, da muss man hier in dem Dropdown auf Ausdruck gehen und dieses J und der Doppelpunkt, das ist JSON-Nata, das ist sozusagen eine Art Ausdrücke zu formulieren. Und wenn man hier, jetzt sind diese drei Punkte aufgetaucht, finde ich ziemlich cool. Da kann man hier unten erstmal eine Funktionsreferenz angucken. Da ist extrem viel möglich, wir wollen aber ganz einfach bleiben. Und wenn man hier bei Test guckt, dann habe ich hier eben schon mal die Beispielnachricht. Normalerweise ist hier ein String hinterlegt und um es passend zu machen mit meinen Beispielen habe ich jetzt stattdessen das Beispiel geändert und habe hier einfach eine Zahl hinterlegt und jetzt kann ich hier oben anfangen und meinen Ausdruck so lange ändern, bis er mir gefällt. Und zwar muss der jetzt natürlich in Anführungsstriche sein, denn der String soll tatsächlich als String erkannt werden. Und jetzt müssen wir überlegen, was machen wir mit dem Einige. Da können wir den String enden lassen. Und dann ist jetzt wichtig, muss man sonst nachgucken, das UND-Zeichen, das kaufmännische UND ist das Zusammenkonkartenieren. Und wir befinden uns sozusagen direkt auf der Beispielnachricht, beziehungsweise auf der Nachricht, die in die Change Node reingeht. Deshalb schreibe ich hier nur noch Payload, aber nicht mehr Message.Payload. Und wie man jetzt hier unten schon sehen kann, das Ergebnis ist korrekt. Also du hast 32 neue Mails und wenn ich jetzt hier fertig mache und nochmal fertig deployen und wieder die Inject Nodes ausführe, dann sieht man, dass das Ergebnis eben hier funktioniert. Wenn man jetzt nicht genau weiß, wie das Ganze funktioniert und man es gerne nochmal nachlesen möchte, dann kann man sich hier hinbegeben und dann muss ich natürlich doch nochmal hier das rausholen. Hier gibt es den Handbuch-Button, die Hilfe. Und hier bei der Change Node wird ganz unten eben auch dir erklärt, dass für die Expression, was wir benutzt haben hier, die Abfragesprache Jason Nata benutzt wird. Und wenn ich hier klicke, dann lande ich auf der Webseite von Jason Nata. Hier kann man sich die Dokumentation angucken. Und hier gibt es zum Beispiel Functions und Expressions. Und Concatenate ist genau das Beispiel, was ich eben gerade hier demonstriert habe. Was du natürlich auch machen kannst und wozu ich dich gerne einlade, ist, dass du in unseren Discord-Chat kommst und dort natürlich auch einfache Fragen dazu stellen kannst. Und da wird sich immer jemand finden, der dir hilft. In dem Sinne hoffe ich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.